Hi, mein Name ist Leon Koller, Personal Trainer hier im Pfitzenmaier Bremenseite Neustadt an der wunderschönen Weinstraße. In dieser Videoreihe zeige ich euch, wie ihr die Grundvoraussetzung schafft, eine richtige Haltung im Garten aufzuzeigen und wie natürlich auch andere Alltagsbewegungen leichter von der Hand gehen. Dazu folgen für euch Videos zur Kräftigung, zur Mobilisation und zur Beweglichkeit. Aber ich würde sagen, genug geredet, lasst uns loslegen. ARD Text im Auftrag von Funk